So, jetzt sind wir im Stadlerweg in Göggingen. Stadlerweg, Göggingen, eines der besten Gegenden überhaupt. Wir befinden uns in einer Sackgasse. Ihr seht hier die Werbetafeln von uns. Hier war mal ein Einfamilienhaus von einem Unternehmer gestanden. Hier war alles zugewachsen. Ein wunderschönes Grundstück, 1400 Quadratmeter groß. Hier hinten Sackgasse. Und wir haben das Grundstück mit einer Bauvoranfrage genehmigt erworben. Nämlich für zwei Gebäude. Einmal hier vorne, einmal hier hinten drin. Mit jeweils vier Wohnungen. Der zukünftige Eigentümer hier wird eine Anlage bekommen, die es so sehr, sehr selten gibt. Es ist Bauhausstil, wie ihr hier auf dem Bild seht. E plus eins im Flachdach. Also eine sehr, sehr kleine Anlage verteilt auf zwei Gebäude. Und das muss man wissen, bei 1400 Quadratmetern Grundstücksfläche kauft man sich hier auch zukünftig Freiheit ein. Die Nachbarn sind dann relativ weit weg. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich in der heutigen Zeit, weil man ja doch immer auf maximale Nachverdichtung geht. Und hier ist es ganz, ganz anders, weil hier hat man eben Freiheit, die man hier in diesem wundervollen Grundstück eben bekommt. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, und ihr seht, es ist eine sehr, sehr große Fläche. Das Haus ist schon abgerissen. Baubeginn ist jetzt in acht Wochen hier. Wir sind gerade dabei, an der Werksplanung zu erstellen. Und dann nehmen wir euch hier mit auf die Reise und werden auch immer wieder Videos machen, wie hier dann das Gebäude im Bauhausstil entsteht. Wir waren noch gar nicht im Vertrieb. Von acht Wohnungen sind bereits fünf vorreserviert, wo wir jetzt alles vorbereiten, um zum Notar zu gehen, weil es so eine außergewöhnliche Lage ist und wir glücklicherweise hier gleich drei Objekte in diesem Stadtteil eben haben. Ja, und das ist Göggingen-Stadlerweg. Ja, und das ist Göteleweg.